Am 13. März ist etwas Historisches passiert. Die EU, das Europäische Parlament, hat das erste, weltweit erste KI-Gesetz beschlossen. Ob das jetzt eine Glanzleistung ist oder wir völlig im Regulierungswahn untergehen werden, das möchte ich heute näher beleuchten und dazu habe ich einen Experten bei uns am Institut eingeladen, Cedric Lenz, der seit fünf Jahren an der Anwendung und auch der Implementierung von KI-Lösungen im Produktionskontext forscht. Hi Roman. Herzlich willkommen, Cedric. Ja, das erste KI-Gesetz scheint auf den Weg gebracht worden sein. Es wurde jetzt beschlossen am 13. März im Europäischen Parlament. Aber was heißt das jetzt genau? Gilt das jetzt ab heute, ab morgen oder ab wann gilt jetzt dieses EU, dieser AI-Act, wie er es so schön heißt, von der EU? Lass mich vielleicht, um die Frage zu beantworten, ein bisschen weiter ausholen. Denn dieses Gesetzesverfahren oder der Entwurf zu dem Gesetz, das dauert immer einige Zeit. Und ich weiß noch, wie wir ganz zu Anfang standen und versucht haben zu definieren, was heißt eigentlich KI. Die ersten Entwürfe hatten da noch beinhaltet, dass KI heißt, dass dort ein Element existiert, eine mathematische Funktion, die also auf Grundlage von Eingaben eine Ausgabe erzeugt. Und das kann im Prinzip jedes Computerprogramm sein. Über Fragungsfunktionen. Da reden noch so ein paar spöttische Kommentare, die man sich da eingefangen hat. Und dann hat man da nachgeschärft, glücklicherweise. Und ich finde auch in der richtigen Richtung, dass man jetzt eben die Autonomie oder den Autonomiecharakter dort wesentlich mehr im Fokus hat. Dass man also sagt, dass das ein Element ist, welches wiederum auf Basis einer Eingabe, einer Ausgabe erzeugt. Wobei ich gar nicht ganz genau betrachten kann, was passiert da drinnen überhaupt. Deswegen dieses Autonomiegefühl dazu. Ja, was bedeutet das jetzt für den Prozess? Also das Parlament hat zugestimmt. Ja, ganz genau. Allerdings ist dann noch nicht alles erzeugt damit. Der Europäische Rat ist die zweite Instanz, die noch hinzustimmen muss. Genau, also es sind immer diese beiden Komponenten, kennen wir ja von uns auch. Und dann wiederum, das ist jetzt natürlich bei der EU besonders, dass die einzelnen Länder jetzt in die Frage gestellt werden, wie sie es runterbrechen. Welche Behörde ist eigentlich diejenige, die am Ende darauf achtet, dass das auch eingehalten wird? Welche Behörde muss hier die Strafen aussprechen am Ende? Und insofern, es dauert noch ein bisschen. Es ist immer eine Übergangszeit gesetzt von 24 Monaten in den meisten Fällen. Einzelne Komponenten haben allerdings nur eine Übergangsfrist von sechs Monaten, bis sie tatsächlich dann auch in Einsatz kommen, bis sie also wirklich durch alle Unternehmen betrachtet werden müssen. Also man kann schon sagen, da kommt jetzt schon in der näheren Zukunft etwas auf uns zu, vor allem auch auf die Unternehmen, was natürlich eine gewisse Verunsicherung auslöst, verständlicherweise. Denn jetzt diskutieren wir hier nicht umsonst immer wieder über das Thema KI, das heißt technologisch anspruchsvolles Thema, wo sich wahnsinnig viel tut. Und jetzt auf einmal könnte man eventuell sich schon rechtlich auf Glatteis bewegen, ohne es zu wissen. Was sind denn so die Kernelemente des AI-Acts, wo du sagen würdest, okay, welchen Ebenen ist das eigentlich so strukturiert und worum geht es da eigentlich? Und ist das jetzt das KI-Gesetz, was alles erschlägt? Also es ist auf jeden Fall eine Wucht. Du hast eben schon gesagt, das weltweit erste Gesetz, welches KI-Anwendungen so in Bahn lenken möchte, in Regularien einfasst. Und was es bedeutet, man hat sich da zum Grundsatz genommen, dass man einen risikobasierten Ansatz wählt. Dass man also wirklich die Anwendung, wo bin ich jetzt momentan unterwegs, betrachtet und nicht so ganz KI versucht, plötzlich in Schubladen zu ordnen, sondern wirklich die Anwendung. Also wo ist es integriert? Vielleicht mal ein Beispiel, weil ich glaube, wenn man nicht reingeguckt hat, was ist eine Anwendung, die jetzt sehr stark reguliert wird durch diesen E-Acts und was sind Anwendungen, die vielleicht weniger stark reguliert oder betroffen sein wird? Ja, also sehr, sehr stark reguliert sind alle Anwendungen, die im Bereich der Persönlichkeitsrechte eingreifen. Also es sind Überwachungskameras, Biometrie, das kennen wir jetzt schon, genau richtig, vielleicht am Flughafen oder so ist es ja eingesetzt, das ist was anderes. Aber es darf eben nicht in der großen, breiten Masse eingesetzt werden. Das sind unter anderem auch die Aspekte da, wo vielleicht eine kürzere Übergangsfrist greift, wo also schon nach sechs Monaten gesagt werden könnte, das ist illegal in dem Moment, so etwas einzusetzen, genau. Weniger Risiko sehen wir bei einfachen Elementen, wo beispielsweise eine Sprachübersetzung stattfindet. Du hattest letztens schon mit Tommi gesprochen über generative KI-Modelle. Also wenn ich sowas einsetze, dann bin ich da auch an einem relativ ruhigen Fahrwasser unterwegs. Weil das großartigen Schaden eigentlich anrichten, nicht so einfach zumindest. Genau, das ist der Grundsatz. Was würdest du sagen jetzt für Industrieunternehmen? Sind die eher in diesem risikostarken Bereich unterwegs von den Applikationen? Du forschst ja selber an etlichen Umsetzungen. Oder ist das, oder kann man das vielleicht auch gar nicht so sagen, dass man das so fix einordnen kann? Weil ich glaube, wir wollen ja gerade auch für diese Unternehmen ja hier Lösungen diskutieren oder Orientierung geben. Wie schätzt du das ein? Also man kann durchaus, wenn man dem Gesetzestext folgt, sehen, in welchem Bereich man jetzt gerade liegt. Ich selbst bin viel in Produktionsunternehmen unterwegs. Das heißt, dass ich immer auch die Anwendung in dem Hintergrund Produktion sehe. Da ist natürlich eine sehr hohe Anforderung an die Sicherheit gegeben. Wenn ich also meinen Roboter mit KI steuern möchte, dann, wenn etwas fehlschlägt, kann natürlich wesentlich mehr passieren, als wenn es ein Spielzeugauto ist, welches autonom fährt beispielsweise. Also das kann man da schon recht gut einordnen. Trotzdem würde ich jetzt als Unternehmer mir da auch immer wieder einen Partner ransuchen, weil ich habe ja vielleicht verschiedene Produkte in meinem Portfolio. Und jedes Produkt hat eine andere Anwendung, also auch möglicherweise eine andere Risikoeinteilung. Ja, du sagst es schon, man braucht vielleicht Unterstützung oder zumindest klare Empfehlungen, was man jetzt machen sollte. Die stehen ja nicht jetzt in diesem Gesetz drin. Böse Zungen sagen sogar, da haben sie jetzt Juristen über eine Technologie unterhalten, über die die keine Ahnung haben. So weit will ich nicht gehen wollen. Ich glaube, da ist schon viel Expertise auch mit reingeflossen. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt ja nicht ein Gesetz, was in erster Linie die Juristen innerhalb eines Unternehmens beschäftigen wird, sondern vor allem in deinem Kontext der Shopfloor, also die Leute hinter der Produktion oder im Engineering oder im Supply Chain Management der Unternehmen. Also überall da, wo viele Daten auch anstehen und wo man eben KI jetzt sehr stark überlegt einzusetzen. Wie würde man sich da idealerweise nähern, als wäre es jetzt ein Unternehmer und würde es jetzt eine Produktionsstätte leiten. Wie würdest du dich jetzt diesem Thema nähern und eben dann auf der sicheren Seite auch zu sein, dass die Gesetzgebung da auch nicht gegen die Gesetzgebung angeht? Ja, ganz genau. Also es stimmt schon, dass so ein Gesetzgebungsverfahren, da sind viele Juristen aktiv, aber auch sehr, sehr viele Berater. Insofern würde ich dir da auch zustimmen, dass es jetzt nicht nur unter Juristen ausgeheckt worden ist. Um als Unternehmen da auch wirklich voranzukommen, würde ich erst mal so herangehen, dass ich Schritt für Schritt schon in der Entwicklung darauf achte, dass auch wirklich die Anforderungen schon mit betrachtet werden. Also wir sagen dazu sehr gerne dieses By Design und das sind sehr viele Aspekte in diesem Fall. Da muss ich zugeben, KI ist nun mal so weitgreifend, dass ich nicht einfach nur sagen kann, ich brauche hier, ich brauche einen Maschinenbauer im Boot und ich bin fein, sondern es ist sehr viel Informatik. KI ist im Grundsatz ja Software, wenn man das so sagen darf. Das heißt, ich muss mir über Informationsstränge Gedanken machen, ich muss mir über Sensorik Gedanken machen, wo nehme ich überhaupt diese Information auf? Und insofern ein super breites Feld, aber um da voranzukommen, eben von vornherein wirklich daran denken. Übergangsfrist ist das eine, aber die Zeit geht so schnell voran, dass ich mir jetzt am besten schon Gedanken mache, dass ich Schritt für Schritt auch schon bis zur Übergangsfrist wirklich ready bin, um da auf sicherem Fahrwasser unterwegs zu sein. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil es passiert ja gerade schon viel im Thema KI bei den Unternehmen. Es wird ja schon investiert, es wird Lösungen erarbeitet. Die einen mehr, die anderen weniger. Das ist auch etwas, was wir hier immer wieder diskutieren, aber es ist, die Bewegung läuft. Und jetzt gibt es ja natürlich auch Schlagwörter, die dieses Thema auch sehr stark umfassen, dass man hier über Trustworthiness, vertrauenswürdige KI spricht, das vielleicht auch als Alleinstellungsmerkmal. KI aus Deutschland, Made in Germany, das ist auch so eine Vision, die ich immer wieder höre, als Qualitätsmerkmal vertrauenswürdig damit reinbekommen, welchen Beitrag können wir auch in der Forschung momentan dann leisten. Weil wir neigen ja auch oft zu, als Technologen zu sagen, schneller, besser, die KI und dann will sie erstens keiner einsetzen, weil sie keiner akzeptiert. Aber vor allem, wenn wir sie rechtssicher nicht einsetzen können, dann wird sie auf alle Fälle nicht eingesetzt. Also wie sehr beschäftigt uns das und wie forschen wir an dem Thema dann dran? Ja, also du sagst schon ganz richtig, wenn ich nicht einsetzen darf, dann ist auch das tollste Produkt natürlich für mich überhaupt gar kein, hat keinen Mehrwert in dem Moment. Also insofern, wir müssen uns schon darauf konzentrieren, dass wir auf der einen Seite natürlich diese Anforderungen im Blick haben. Und da sei vor allen Dingen genannt Transparenz, funktionale Sicherheit, immer dann, wenn sich irgendwo was bewegt, Mechanik im Spiel ist. Das aber auch Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit damit mit reinfließen. Das heißt also, wir müssen viel mehr Wege finden, um Entscheidungen einer KI, ich hatte es von vornherein genannt, dieser Autonomiegrad, um zumindest diesen Weg nachvollziehen zu können. Und da ist natürlich ganz viel menschliche Erklärbarkeit auch ein Aspekt. Und du hast es ja auch schön gesagt, dass das ja im Prinzip hier ein By-Design-Aspekt ist. Zu vielen anderen Themen auch, die natürlich eine Komplexität in der Entwicklung oder im Engineering solcher Systeme entstehen lässt. Also man hat das Thema Rechtssicherheit, Vertraulichkeit, ist ja nicht der einzige Act. Man langweilt sich offensichtlich nicht in den EU-Cyber-Resilience-Act, was als nächstes jetzt auf den Weg gebracht wird. Das sind natürlich Themen, die mit reinbekommen. Das heißt, würdest du dem schon sagen, also die Komplexität der Entwicklung solcher Systeme, die war eigentlich noch nie so hoch wie heute. Und sie braucht auch wirklich eine vorausschauende Entwicklung. Also dieses oft mal, wir entwickeln das dann schon am Ende des Tages so, dass es funktioniert. Das könnte schief gehen. Ja, absolut, absolut. Also die Komplexität ist wahnsinnig. Es kommt ja aber auch jeden Tag irgendwo was Neues hinzu. Das ist auch nochmal eine große Herausforderung in dem Moment. Eben hat es genannt, dass wenn ich dort jetzt konform bin, auch dieser Regularien und dieser Anforderungen, dann würde ich dort wirklich sagen, dass das System an sich an Qualität gewonnen hat. Das heißt, dass wir hier vielleicht mit Systemen arbeiten, wo gesichert ist, welche Informationen fließen wohin, eine Erklärbarkeit, vielleicht sogar eine Steuerbarkeit gegeben ist. Das heißt, diese Systeme sind jetzt nicht morgen schon wieder Schnee von gestern, sondern können wirklich lange Zeit in Einsatz gebracht werden. Gerade KI hat ja eher so auch die Eigenschaft, dass sie noch innerhalb der Anwendung sich weiterentwickeln können. Man startet immer mit so einem Grundsatz von Daten, dann kommt die Entwicklung, darauf wird trainiert und dann geht das Ganze ja auch irgendwo in die Produktion rein und lernt weiter. Und gerade dieses Weiterlernen, das ist das, was KI so wertvoll macht in dem Moment. Also in der Entwicklung, der Entwickler ist dann irgendwann raus, aber das Produkt kann sich trotzdem weiterentwickeln. Also viele Daten fangen ja erst im Problemszyklus im Betrieb dann an und dann kann man daraus lernen. Ich glaube, ein Thema, was ganz, ganz spannend ist für Unternehmen, immer wenn eine neue Regulatore kommt, dann würde man sich am liebsten einfach zertifizieren lassen und gut ist. Das ist so die einfache Denkweise in allen vielen Themen. Ist das jetzt bei dem Thema KI auch so einfach und ich hole mir irgendwie ein Zertifikat und dann bin ich safe, weil ich ja konform entsprechend entwickle oder ist es schon etwas komplexer? Oder wie sieht vielleicht auch das Angebot momentan aus, was Zertifizierung und dergleichen da angeht? Ja, also Zertifizierung ist häufig nachgelagert, immer zu einem neuen Gesetzesentwurf. Es gibt da alles Mögliche, dann kommt die neue Abgasverordnung, wie auch immer. Dann kommt Zertifikate dazu. Im Bereich von KI ist es momentan der Fall, dass es kein rechtssicheres Zertifikat gibt. Eben hatte ich erwähnt, dass es auch noch einige Schritte zu tun gibt, bis da tatsächlich auch eine Rechtsgültigkeit überhaupt gewährleistet ist. Und im zweiten Schritt würde ich dann sagen, irgendwann werden wir dazu kommen, auch Zertifikate für jeweilige Anwendungen dann wiederum zu erhalten. Momentan, wie gesagt, eine Rechtssicherheit sehe ich dort noch nicht. Ich sehe die Notwendigkeit, sich auf den Weg zu machen. Auch hierbei schon frühzeitig anfangen, damit wir eben dieses Ziel auch in gegebener Zeit erreichen. Trotzdem, Stand jetzt, ist erstmal so innerhalb der Entwicklung wirklich drauf zu achten, glaube ich, der Weg, der gangbar ist. Und sich notfalls dabei auch Unterstützung zu holen, dem Fall. Und es gibt natürlich schon auch Möglichkeiten zu sagen, es gibt nicht das rechtssichere Zertifikat, aber ich kann natürlich das tun, was momentan der Stand der Technik und der Forschung auch hergibt, dass ich klar machen kann, ich habe versucht und alles unternommen, um möglichst rechtssicher nach den Regularien auch zu agieren. Also die Möglichkeit hat man und ich denke, da ist man auch gut beraten, dass man sich daran orientiert, auch auf alles, was noch kommen wird. Ganz genau, ja. Jetzt bist du selber gar kein Informatiker und hast gesagt, KI ist ja eigentlich Software und ist ein Informatik-Thema. Du hast Maschinenbau studiert. Wie kommt man ja aus dem Maschinenbau jetzt schön zu diesem Thema KI, dass man sich da bis zu Themen der Rechtssicherheit beschäftigt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ja, ich glaube, ich kann sagen, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen. Auf jeden Fall. Ich bin in ein Forschungsprojekt gekommen, wo zwar Maschinenbau wirklich das Hauptthema war. Es war eine Produktionsanlage und trotzdem war die Fragestellung, dass eben diese Produktionsanlage überwacht wird, denn wiederum eine sehr informatische. Also die Daten wurden aufgenommen über Sensorik, aber wie die Daten jetzt tatsächlich zu interpretieren sind, da hilft mir natürlich mein Maschinenbau-Know-how drüber hinweg. Aber ja, die informatische Schiene, die musste dann nachwachsen, so gesehen. Insofern darf ich mich jetzt als Maschinenbau-Informatiker zu hinter betrachten. Aber das zeigt ja auch, dass das ein sehr interdisziplinäres Thema ist und man sich nicht zurückziehen kann. Ich bin jetzt egal welche Disziplin, ich will gar keine rausgreifen. Aber KI kann ich nicht. Ich muss dafür Informatik studiert haben, sondern es muss irgendwie auch zusammenwachsen. Gerade wenn man jetzt in so einem Anwendungsfeld wie Produktion ist, wird das ohne Ingenieurwissenschaftlichen Background sicherlich auch nicht funktionieren. Vielen Dank, Cedric, dass du uns einmal so das Thema hier der Regulatorik, die momentan ansteht, die wird uns sicherlich auch noch länger begleiten. Und ich hatte auch schon bei einem unserer letzten Videos mal einen Kommentar, wir sollten nochmal einen Juristin oder Juristen einladen. Ich glaube, das machen wir auch mal, um das Thema auch nochmal aus der Sicht noch näher zu beleuchten. Aber so eine Einschätzung, wo wir uns da bewegen, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr noch Fragen habt, Ergänzungen, bitte schreibt das gerne in die Kommentare, Cedric und ich. Wir versuchen die natürlich dann auch zügig zu beantworten. Denn das Thema des AI-Acts, das ist jetzt erst so richtig scharf geschaltet. Und das wird sicherlich noch spannend in den nächsten Wochen und Monaten zu sehen, was da passiert. Und das merkt ihr auch, ist auch ein sehr emotionales Thema. Und ich glaube, wir haben das jetzt sehr schön gesehen. Es ist nicht so, es ist nicht sehr regulierungswahn. Es ist aber auch nicht die Lösung für alles, sondern es bleibt nach wie vor ein spannendes Thema. Und deswegen machen wir uns da weiter auf die KI-Reise. Vielen Dank.